Hallo draußen, hier ist der Einziger Wanderer. Ich habe ein spannendes Thema, gerade wegen meines Auswanderungslandes Schweden. Auch Reitschuster, es gibt es auf anderen Portalen, es gibt auch schon andere Kommentierungen von Bull Hansen zum Beispiel. Ich greife das natürlich gerne auf, weil das ja meine Wahlheimat ist, weil ich die Problematik natürlich kenne und auch kannte, bevor ich hergekommen bin. Und ja, hier ähnlich wie in Deutschland vielleicht ein bisschen krasser teilweise, aber trotzdem halte ich die Situation insgesamt in Deutschland. Noch ehrlich gesagt für schlimmer in der Größe und Bedeutung, aber sei es drum. Gucken wir mal rein. Schweden ruft im Kampf gegen Bandenkriminalität nach dem Militär. Ja, dann hätte ich gleich was zu sagen. Gehen wir erstmal rein, von Kai Rebmann. Randall zu Silvester, Auftritte der erlebnisorientierten Partyszenen in Innenstädten oder handfeste Ausschreitungen in Freibädern. All das ist in Deutschland anno 2023 längst zum neuen Normalzustand geworden. Und vielleicht noch ein Vorgeschmack auf Zustände, die in den nächsten Jahren womöglich noch kommen werden. Der berühmte Blick über den Tellerrand ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes und öffnet den Blick auf neue Perspektiven. Und hier richten wir unsere Augen also auf Schweden, um zu sehen, wohin eine völlig verkorkste und an den Realitäten vorbei durchgedrückte Einwanderungspolitik führen kann. Die haben früher angefangen und von denen kommt glaube ich auch die Idee mit der Bereicherung, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe das mal nachgelesen. Also die schwedischen Politiker waren die Ersten. Das heißt, die sind noch ein bisschen irrer und früher gestartet als wir. Ob sie jetzt schon klüger geworden sind als wir, das werden wir sehen. Würde mich nicht wundern. So blöde wie bei uns kann man ja eigentlich nicht sein sonst. Schauen wir mal rein. Allein im September 2023 sind im Zuge von Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden elf Menschen getötet worden. Drei davon in der zurückliegenden Woche bilden 24 Stunden. Ministerpräsident Ulf Christensen nahm diesen traurigen Höhepunkt, die seit Jahren aus urundern Gewalt, am Donnerstag zum Anlass, um sich mit einer aufrüttelnden Ansprache an das Volk zu wenden und das Militär um Hilfe zu bitten. So, da möchte ich gleich mal was kommentieren, bevor ich weitergehe. Also wenn er sich ans Militär wendet und um Hilfe bittet, ist das die Kapitulation des Staates, auch die ganz offene. Ja, das ist traurig, das ist peinlich sozusagen und ich bin kein Freund davon, dass das Militär im Inland eingesetzt wird. Weil man kann immer wieder Probleme schaffen und dann sagen, aha, es geht ja nicht mehr ohne das Militär. Ja, und dann ist es halt da, ne, und dann gehen vielleicht auch später mal andere Sachen. Da passiert vielleicht wieder irgendwas anderes, dann sagst du, naja, jetzt sind sie halt da, ne. Und dann auf einmal läuft über das Militär noch was ganz anderes als das, was man dir versprochen hatte. Und das fürchte ich immer ehrlich gesagt. Es ist natürlich immer eine Frage, wie ein Militär ist, wie treu, sag ich mal, der Bevölkerung entgegen oder den Befehlshabern. Das ist natürlich immer eine strittige Frage. Ich kann das nicht einschätzen für das Militär hier in Schweden, das weiß ich nicht, wie das hier ist. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass das Militär sozusagen die Verdäumnisse von Politikern hier beseitigen soll. Und wie soll das auch gehen? Soll das mit Feuergefechten in den Straßen laufen? Also die Frage ist, wie stellt sich das vor? Ich bin mal gespannt, was es gleich kommt. Christason führt eine Mitte-Rechts-Koalition an, die seit dem vergangenen Jahr im Amt ist. Als politisch-gesellschaftliches Erbe hinterließen die linke Vorgang-Regierung die Ergebnisse einer verantwortlichen Einwanderungspolitik und gescheiterten Integration. Wie er es von den Kameras bezeichnete. Gleich zu Beginn ging der Chef der Moderaten Sammlungspartei auf einige der jüngsten Fälle ein, bei denen jeweils völlig Unbeteiligte getötet wurden, die den fatalen Fehler gemacht hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Ja, Kollateralschäden, ne? Der normale Schwede wird da halt weggeputzt. So läuft das halt, genau wie in Deutschland. In Uppsala wurde ein junger Mann auf dem Weg zur Arbeit in einem Treppenhaus erschossen. Eine 25-jährige Frau wurde zufalls auf eines Bombenanschlags. Bombenanschlags halt auch richtig krass, finde ich. Das ist schon noch anders als bei uns, muss man sagen. Aber in der zahlenmäßigen Überschwemmung liegen wir natürlich weit vorne. Besonders betroffen machen die Umstände eines weiteren Mordes in St. Wiken. Dort wurde ein blinder 70-jähriger Rentner erschossen, als es sich auf dem Heimweg aus einer Bar befand. St. Wiken ist bei mir um die Ecke, aber ich glaube, es ist ein anderes St. Wiken, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass es das hier war, schätze ich mal. Aber das kriege ich noch raus. Ja, ähm, gut. Hier noch die Kommentierung, egal. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den vergangenen Wochen kündigte der Ministerpräsident an, sich mit Schwedens Polizeichef und dem Oberbefehlshaber des Militärs zu treffen, um zu prüfen, wie die Streitkräfte die Polizei im Kampf gegen die Band unterstützen können. Alter, ist das krass. Soll die Panzer in die Schäde schicken, oder was? Junge, ey, das ist... Wie soll das funktionieren? Ganz ehrlich. Wie soll's gehen? Mit anderen Worten, der Regierungschef sieht offenbar zumindest in einigen Hotspots, etwa Stockholm oder Uppsala, bereits bürgerkriegsähnliche Zustände. Christensen unterstreicht dies, wenn er sagt, Schweden hat so etwas noch nie erlebt. Kein anderes Land in Europa hat so etwas erlebt. Die Straßenschlachten in Frankreich sind noch in bester oder eher schlechtester Erinnerung, was solchen Worten umso mehr Gewicht verleiht. Hintergründe werden unter den Teppich gekehrt. Ich habe in anderen Zeitungen gelesen, dass es darum ging, ja, da hätte man so im Schulsystem so ein bisschen versagt und nicht richtig integriert wäre so ungefähr. Ja, also die üblichen Wortphrasen. Ich hoffe, dass Reitschuster hier gleich deutliche Worte findet. Schauen wir mal. Kein sonderlich gutes Bild geben in der vorliegenden Berichterstattung einmal mehr die deutschen Medien ab. Was ich sage. Die Reitsführer der Banden stammen oft aus der Türkei bzw. dem arabischen Raum. Von diesen Details erfahren die Konsumenten der üblichen Verdächtigen hierzulande entweder gar nichts oder müssen im kleingedruckten Regelrecht danach suchen. Hier eine ganz wichtige Einschätzung und das ist auch nicht nur meine Einschätzung, sondern das sind auch andere so, die sich mit der Thematik auskennen. Wir haben hier ein islamisches Problem. Wir haben ein arabisch-islamisches Kulturproblem. Die Leute, die das machen, das sind dominant eben Migranten. Das ist Migrantengewalt. Es sind nicht schwedische Banden, die das machen. Und das hat eben auch was mit der Kultur, der Religiosität zu tun, der Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich auch immer noch diese Verklärung und diese Heroisierung. Ja, Stichwort Rapmusik. Und im Prinzip, was die hier machen, ist das, wofür die Schwarzen in den USA stehen, machen die Araber eben dann in Deutschland oder in Schweden. Das darf man nicht vergessen. Und du wirst das Problem nicht los, wenn du die Leute nicht brutal abschiebst, selbst wenn die hier geboren sind und schwedischen Pass haben. Diese Leute musst du loswerden. Sonst werden die niemals in irgendeiner Form Hero geben. Diese Leute sind versaut, ja. Die wachsen in brutalen Gangs aus, auf, wo es ein gutes andere umzubringen, weil man dann im Fame steigt sozusagen in der Gang. Und wenn du in den Knast gehst, zwei, drei Jahre, ja, dann bist du quasi ein Hero. Man muss es so hart sagen, wie es ist. Das geht nur über harte, brutale Remigration, auch mit schwedischem Pass. Ansonsten kannst du das vergessen. Ja, das wird nichts. Und das ist in Deutschland genauso. Und das ist eine Wahrheit, die nicht gern gehört wird und die auch so unglaublich schwer ist zu erfassen und auch durchzuziehen, dass sie gern nicht thematisiert wird und deshalb auch nicht umgesetzt werden wird. Weil, wenn du das hier lösen wolltest in Schweden oder in Frankreich oder in Deutschland, dann würde das nur gehen mit einem Blutbad. Und das will keiner. Und genau das müsste es sein. Eigentlich würdest du sagen, okay, dann geht das Militär halt rein und dann gibt es halt einen kleinen Bürgerkrieg. Und dann passieren ganz ohne schöne Dinge. Und niemand will das. Niemand möchte das aussprechen. Immer genau das ist es. Du wirst die Sache friedlich nicht mehr lösen können. Entweder du gehst damit unter. Das ist die wahrscheinlichere Variante. Oder es wird blutig und hässlich. Weil anders wird es sich nicht lösen lassen. Und das ist eine Wahrheit. Die möchte keiner aussprechen und auch keiner denken. Und schon gar keiner umsetzen. Schlecht in der Presse, ne? Aber mit hier Prävention und Aussteigerprogramm. Alter, vergiss es doch. Vergiss es doch. Das funktioniert doch nicht. Ganz ehrlich, ne? Ja, die verticken da schon die Drogen in Schweden hier, die Gangs. Und machen damit ordentlich einen Reibach. Warum soll ich denn aussteigen? Läuft doch geil normalerweise. Ja, in meiner Gang. Achso, wozu? Wozu aussteigen? Davon abgesehen, dass sie ja auch dann gleichzeitig einen Hass auf Schweden und die Europäer haben. Das Übliche halt. Gut. Gehen wir mal weiter rein. Stattdessen ist zum Beispiel davon die Rede, dass sich die immer jünger würden. Ja, auch das ist erschreckend. Zur ganzen Wahl gehört aber auch dazu, dass der Kontrollverlust auf Schwedens Straßen auf eine seit Jahren betriebene laisse-faire Migrationspolitik zurückzuführen ist. Was von Ulf Christasson ausdrücklich auch so benannt wurde. Aber nicht nur, dass Begriffe wie Migration oder Integration vielerorts gar nicht erst auftauchen. Der Spiegel schafft zum Beispiel die Bombenanschläge, welche die Schäden in Schweden fast schon regelmäßig erschüttern, gegenüber seinen Lesern als vorsätzlich herbeigeführte Explosion zu verhandeln. Ich wohne glücklicherweise da, wo sowas nicht passiert. Ich bin immer auch bewusst weit vom Zentrum weggezogen, damit ich solche Sachen nicht erleben. Mir war vollkommen klar, dass ich niemals in eine Großstadt wie Maimö oder Stockholm gehen würde. Ja, das ist so, als würdest du in eine Großstadt in Deutschland gehen. Und ich meine, ich bin nun, ich meine, ich komme aus der Nähe Hannover. Ich bin dazu schon einiges gewöhnt, ne. Also Hannover ist, was Kriminalität angeht, ganz weit vorne immer. Ganz weit vorne. Sollte man nicht glauben, ist aber so. Gersason versprach seinen Landsleuten, dass seine Regierung die Banden zur Strecke bringen und sie besiegen werde. Ganz ehrlich, solche Sprüche sind markig und geil, ne. Das heißt, Junge, du musst da reingehen und dann werden Leute sterben im Kugelhagel. Beim Militär werden Leute sterben und auch bei den Gangs. Weil das ist Bürgerkrieg, was du ansprichst. Willst du das so hart durchziehen? Ich bin gespannt. Das sind markige Sprüche, aber... Kannst du sowas durchziehen? Was meinst du, was die internationale Gemeinschaft dann aus dir macht? Dann ist Schweden auf einmal ein Schurkenstaat. Also, was heißt besiegen? Fängst du die dann ein mit Waffengewalt und dann was? Dann gehen die in den Knast, kommen nach drei Jahren raus und machen dann wieder das Gleiche in ihren Gangs oder was? Was soll das heißen? Zur Strecke bringen und besiegen. Das ist für mich völlig unkonkretes Gelaber ohne... Sag ich mal, ein klares Fahrwasser. Meiner Ansicht nach. Ich bin natürlich kein Experte der schwedischen Politik, muss man dazu sagen. Da arbeitet mich aber noch ein langfristig. Darüber hinaus kündigte er lange Haftstrafen sowie konsequente Abschiebungen an, falls es sich bei den Tätern im Auslande handelt. Ja, wenn die alle einen schönen schwedischen Pass haben, hier geboren worden sind, was machst du dann? Das ist ja das Problem. Du hast da richtige Kindersoldaten. Das sind Jugendliche, die Leute regelmäßig abmurksen. So krass halt. Also das ist auch nochmal eine andere Dimension, aber bei uns kommt das gerade ins Rollen, würde ich behaupten. Putenziellen Zeugen, die sich bisher aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht getraut haben, entsprechende Taten anzuzeigen, sicherte der Regierungschef umfassenden Schutz zu. Auch hier ließen sich die Medien nicht zweimal bitten, um mindestens einige Spitzen gegen einen konservativen Politiker anzubringen. Die Tagesschau stellt fest, dass Christophsson seine Versprechen bislang nicht habe halten können und die Lage in Schweden nicht in den Griff bekommen habe. Wohlgemerkt, die Regierung ist seit rund einem Jahr im Amt. Zustände, die über Jahre oder gar Jahrzehnte hinaus beschworen wurden, werden sich für kaum eine Nacht ändern lassen. Als Warnung für ein Umkehren, ehe es womöglich einmal für alle mal zu spät ist, können sie aber dennoch dienen. Und so verteidigt sich Ulf Christophsson gegen Sachi Kritik mit der nüchternen Feststellung, die schwedischen Gesetze sind nicht ausgelegt auf beiden Kriege und Kindersoldaten. Das sind harte Worte, muss man sagen. Man soll ja nicht umkönnen, aber das gilt auch für Deutschland und die meisten, wenn nicht alle Länder in der EU. Und am Schluss ist aber umso wichtiger ist ihre Unterstützung. Das hier ist noch so ein Spendenaufruf, da gehe ich jetzt nicht mehr rein, aber finde ich immer gut, dass hier geleistet wird bei Reitschuster. Möchte ich auch nochmal sagen, also hier unten lestet ihr euch nochmal durch, dann. Das ist der Spendenaufruf und den halte ich für absolut gerechtfertigt, denn der macht Menge durch, der Reitschuster. Und ist halt hier auch das Effort Therible, könnte man sagen. Ja, von daher, danke erstmal für den Kommentar hier an der Stelle an Reitschuster bzw. den Rebmann, der bis jetzt immer klare Worte gebracht hat. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird, ob es hier wirklich einen krassen Ruck gibt und hier was anders ist. Das wäre mal eine Vorbildfunktion. Schweden könnte sich natürlich auch in einem anderen skandinavischen Land, nämlich Dänemark, orientieren. Darüber hatte ich ja einiges erzählt letztend im Video mit einer harten Politik, aber ich sehe im Augenblick eher sprüchige Klopfe. Ich sehe natürlich auch, dass es eine schlechte Situation hat, das ist klar, weil das ist seit Jahrzehnten, ist das hier aufgebaut worden, das Problem. Genau wie in Deutschland. Das wirst du nicht so schnell umreißen, aber da muss mehr kommen als markige Sprüche. Da muss irgendwas Konsequentes, Konkretes sein. Wie soll das funktionieren? Soll jetzt das Militär die Straßen dauerhaft sichern oder was? Will ich einen Staat, wo das Militär in den Straßen rumläuft, gegen die Gangkriminalität? Wie gesagt, die Dinge, die nötig wären, die wagt hier niemals zu denken und schon gar nicht auszusprechen. Ja. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, friedlich wird das in Europa nichts mehr. Das ist eine unschöne Wahrheit, wenn sie sich die meisten gar nicht gewöhnen wollen, weil sie nämlich, wenn sie ihre eigene Lebensweise wiederbekommen wollen, sie selbst zu den Bösen werden müssten, um die Bösen zu vertreiben. Könnt ihr einmal nachdenken? Bin gespannt, ob eure Kommentare. Wir sehen uns, kommt auf den zweiten Kanal Wanderer Wolf. Ihr kennt das, Getter, Twitter, beziehungsweise X, TikTok und so. Folgt mir, stürzt mich, ich würde gerne wachsen, ich freue mich immer. Teilt das Video, wenn ihr eine andere Meinung macht wollt und eine ungeblümte, dann seid ihr bei mir wahrscheinlich richtig. Macht's gut und auf bald. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich.